Bob, aber nun ab an den Herd zum Burgerbraten. Nö, ich hab irgendwie keine Lust dazu. Aber ich versteh das nicht. Du hast deinen Grill und den Pfannenwender und den gemütlichen Sessel. Ich hab deine Schweißfüße massiert. Ich sag dir was, du halbe Portion. Frag mich doch mal in einer Stunde. Du wirst mir auf der Stelle einen Burger machen, hast du gehört? Nee. Du sollst mir nicht widersprechen. Was? Jetzt reicht's, Freundchen.